Ich bin die Julia Buck, ich bin 15 Jahre alt und ich spiele in der Viererkette, links in der Mitte, in der Abwehr. Mein bisheriger Verein war der FC Pfeffingen und meine persönlichen Ziele sind, mich einfach weiterzuentwickeln und noch mehr Erfahrung zu sammeln. Mein Ziel mit der Mannschaft für die Saison ist in der Oberliga bleiben und es so gut wie möglich am besten Platz zu erlangen. Untertitelung des ZDF, 2020